Ein Viertel aller Erwachsenen, aber auch Jugendlichen leiden unter Krampfadern oder Venenschwäche. Safenion, die private Praxisklinik im Zentrum Berlin, beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit der Behandlung von Krampfadern. Die neue schmerzfreie Radiowellentherapie kann ohne Hautschnitte erfolgreich bei Krampfadern, Bakerzisten und Hämorrhoiden eingesetzt werden. Patienten, die sich für diese Methode entscheiden, erhalten eine zweijährige Garantie auf die Behandlung. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Safenion, die private Praxisklinik für Gefäßkrankheiten, finden Sie im Gebäude des Internationalen Handelszentrums in der Friedrichstraße 95.